Die AC11W 2 ist die Weiterentwicklung der bewährten AC11E und bietet vier herausragende Merkmale. Durch ein optimiertes Leistungsteil steht mit der AC11W 2 jetzt noch mehr Power zur Verfügung. Mit 3,5 Kilowatt Regelleistung wird die Eigennutzung Ihres selbst erzeugten Solarstroms weiter maximiert. Der Autarkiegrad Ihrer Wärmeversorgung wird so zusätzlich verbessert. Ihre Unabhängigkeit von externen Energieversorgern steigt. Ein weiteres wichtiges Feature stellt die einfache Montage dar. Die AC11W 2 besteht aus zwei Geräteteilen, die unabhängig voneinander installiert werden können. So ist das Heizelement zum erleichterten Einbau in den Wärmespeicher zunächst noch von der Elektronikeinheit getrennt. Diese wird erst hinterher montiert. Das ist ein wesentlicher Vorteil, weil die Installation noch einfacher ist. Das Farbtouch-Display der AC11W 2 ist das nächste wichtige Merkmal, das Sie bereits von unserem Aktor kennen und schätzen. Darauf sind wichtige Funktionen ersichtlich und einstellbar. In Betriebnahme und Bedienung sind dadurch denkbar einfach und intuitiv. Zusätzlich wurde die AC11W 2 mit WLAN ausgestattet. Damit kann sie auch drahtlos mit ihrer Signalquelle kommunizieren, natürlich ist aber auch die gewohnte Landschnittstelle integriert. Darüber hinaus bietet die AC11W 2 noch weitere tolle Möglichkeiten. Besuchen Sie dazu unsere Webseite. EMPOWERING THE SOLARFUTURE If you're you there you. Vielen Dank.